hey leute und willkommen zurück zu ich wollte schon sagen fallout new vegas nein zu rainbow six vegas 2 kein fallout okay es ist gerade ein bisschen kurios wir sind auf dieser mlg messe und töten wir töten die pro gamer die sich die ganzen cod kiddies machen wir alle nackt was zur hölle ich sollte nicht einfach die blockieren wieder die leute ich bin tot er lebt noch der assi lebt oder ich sehe es hat nichts könnt ihr mal aufhören hier von mir um zu laufen im penner unsere leute blockieren mich andauern wir gehen die rennen da rum und man sieht nicht bester start ich gehe nie wieder in die kantine ja echt mal ist der tod der ist weg ja der wird tot sein das gibt's ja gar nicht ich hab hier steht die waffe auf einmal ja die habe ich nicht mal gesehen das ist eine wurst alter was mir wo ist ich werde blockiert von unseren eigenen leuten die pfeifen das machen sie immer gut bauchschuss er hat nichts wo ich habe gewonnen wie er es gewonnen hast du nicht das geld rasseln gehört jackpot ja der jackpot da hat sich jemand abgesagt apropos abseilen die diskussion nein bei mir ist noch alles gut diese schätze spielautomaten alter er ist tot er hat eben noch gelebt also ich habe nicht tot geschossen der ist wohl nachwirkungen aber warum hat eine spielmesse also mit mlg halten es ist halt casino hier noch ich mein das ist klar die haben auch veranstaltungsräume in casinos und da wo die mlg ach 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 so ich habe immer nach wegas klingt joh.... klingt logisch ey 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 ja ich müssen wir ja nicht ha eigentlich müssen wir ja nicht sage ich wie ich will granaten ich weiß immer granaten wie blöde hier stimmt kann man einfach mal rangehen und wieder aufhören dann musst du wieder kommen Ich habe den Plan der Monorail Station. Wie ich das sehe, ist sie schwer bewacht. Vielleicht nehmt ihr am besten die Seitentreppe hier oder hier, anstatt des Haupteingangs. Anscheinend ist es so lang übers Dach. Wenn ihr drin seid, geht zum Eingang zur Umkleidekabine. Hier, schaut euch genau um, bevor ihr eindringt. In der Haupthalle seid ihr auf euch gestellt. Oh, und aus. Oh, und? Davor. In Hubskauer. Die Welt sind alle vor zu werfen, was sie zu haben sind. Oh Gott. Stop Schuss. Boah, ich weiß gar nicht, der euch jetzt zuerst kommt. Oh Gott, ich bin tot. Versuch, die haben leichtes Mg. Ich habe noch gesehen, wo der oben war. Ja, ich auch. Der Barrette, der Arsch, der dem roten Barrette, der Chef. Der rote Baron. Der rote Baron. Ich habe den Plan der Monorail. Verkauft dir mal ein gescheites Mikro, Alter. Vielleicht nehmt ihr am besten die Seitentreppe hier oder hier, anstatt des Haupteingangs. Anscheinend gibt es Zugang übers Dach. Wenn ihr drin seid, geht zum Eingang zur Umkleidekabine. Hier, schaut euch genau um, bevor ihr eindringt. In der Haupthalle seid ihr auf euch gestellt. Over and out. Ich mache den mit dem roten Barrette. Rotes Barrette ist tot. Oh Gott. Ich habe schon... Der schuldet mir noch Geld. Der schuldet mir noch Geld. Das wird schon. Hab ihn. Wo ist er? Die sind eigentlich tot, die anderen, die beiden mit dem NMG. Oh, ach so, auf der Brücke in der Mitte. Den meint ich. Hab ihn. Das noch ein zweiter. Hab ihn. Temporary Discratchions. Das ist ein leichter MGs. Ja, ja, links und rechts auf der Brücke rum. Auf der oberen Brücke. Oh, schuldet. Einen habe ich. Töten mit einem geschützten. Okay, das war echt bei mir ein Lackshot gerade gewesen. Im Laufen habe ich irgendwie das Ding gezielt. Ich habe einen Armer. Diese Position halten. Verpisst euch. Bleibt hier. Position halten. Die nervt. Keiner braucht euch. Keiner will euch. Keiner mag euch fahren. Keiner mag euch. Ja, keine Freunde. So. Hier ist Snake Cam. Ich guck mal. Okay, allerdings geht es nicht weiter. Ach so. Komm auf. Oh, warte, hier in der Tür ist bestimmt was. Danke, jemand da draußen. Ja, schaltet ihn zuerst aus. Er hat zweite Priorität. Wir gehen hier vorne wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich sag, wenn die in Position sind. Ich guck nochmal kurz durch. Einfach ein Treib. Oh, ich. Ach, da läuft einer. Wer mit Schild sogar. Und das wird alles gut. Okay. Soll ich hier Blender oder eine Explosiv? Ich würde ja fast, äh, Äh, warte. Okay, die sind da. Ich mach Explosiv. Oh nein. Türladung. So eine Scheiße. Bringe Türladung an. Oh Gott, das sind unsere. Äh, äh. Äh, äh. Oh Gott, ich seh nix. Jetzt kann sie eigentlich sterben jetzt so. Der Barrettarsch ist noch da. Der blockiert mich. Wo ist der Barrettarsch? Hinter dem Regal. Oh, ich hab, ich hab keinen Blender geworben. Das waren die. Da bin. Sehr nice. Sehr nice. Wow, da war noch ein LMG. Mhm. Krass. Wer jetzt ist, haben wir gestorben wahrscheinlich. Deswegen sind wir jetzt zu zweit unterwegs. Ja. Das Team ist eh nicht zu gebrauchen. Nein, ist es wirklich nicht. Wie Tür öffnet, beschäftigt. Machen wir auch das Ding. Ach so, das wär was noch ein Gang wahrscheinlich gewesen, oder? Ich glaub, wir müssen hier vorne links. Mhm. Da durch. Wir brauchen mehr. Oh nein. Ich bin tot. Ja, ich hab's gemerkt. Das sind drei Leute. Ja, mach das. Wow, der ist weg. Ich hab ihn getötet. Oh, sehr gut. Alter Schwede. Jetzt geht's aber ab hier. Mies, ne? Die werden immer stärker, die Jungs. Mhm. Ich guck mal durch die andere Tür. Wow! Fuck, fuck, fuck. Sehr gut. Jojo. So, wieder ein Glam-G, hat ihn. Hast du? Nee, nee, nee. Hier fehlt nur einer. Nee, nee, der war noch einer hinter der Deckung. Die hast du, glaub ich. Das ist wohl erledigt, glaub ich. Oh! Fuck, fuck, fuck. Da ist nur einer. Ich sehe nicht. Oh, ich bin tot. Ich habe nichts mehr gesehen, eben. Oh, die ist nicht nur noch mehr. Das ist noch mehr. Oh, ich gehe weg. Links ist noch einer. Wie viele Sekunden noch? 2, 1. Ich bin leer. Ich bin leer. Hast du? Gut. Nicht alle. Haltig. Robin. Ich muss noch mal nachladen, jetzt alles. Wieso runterfallen? Boah. Da ist noch einer mit Schild. Oh, fuck. Aber es schien man weggeschossen. Ja, ich hab's gesehen. War gut. Haltet eure Granaten. In der Nähe der Bombe. Oh, hinter uns. Oder? Oben direkt wird er hochgehst hinter dir quasi. Da war er. Ich schmeiße Granate hoch. Oh, die schießen durch die Deckung. Ich bin tot. Wow. Die haben einfach durch das Geländer geschossen. Durch den Metall. Oh, Wiki. Wiki. Wiki, Wiki. Das wird nicht gehen. Hast du da gehört? Wie? Nee, pass auf. Pass auf. Die sind direkt. Ja, ich komm in 2 Sekunden. Warte. Warte da. Wow. Die können durchschießen. Ich nicht. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hab übrigens das weltberühmte Ballern, was du sonst auch hast. Hä? Drrrr, die ganze Zeit. Das ist voll nervig, ne? Es ist richtig laut. Oh Gott. Ich hab mir einen Fuß geschossen. Oh, ich bin Sinten da. Ich bin tot. Ich laufe runter, laufe runter. Oh, meine Kamera spackt grad total rum. Na, besser als der Sound. Das ist eklig, ne? Das ist richtig eklig. Ich hab übrigens keine Munition mehr. Oh, was? Gar nicht? Nee, gar nicht. Das ist ein bisschen ätzend. Ich wollte ja echt ungern weggeben, aber was muss, das muss, ne? Diese blöden Penner-Gesichter, die Seiten hier noch. Ich kann die... Jetzt... Ich hab mal Waffe gewechselt. Okay, wir sind alle tot. Kommt zu mir. Oh, kacke. Wenn das hochkommen sollen, sag mal ganz ehrlich. Ah, hier. Ja? Da kommen sie. Ja. Oh, kacke, Jungs. Wow. Zeig, was du hast, Baby. Oder was du hast. Aha, dann mun ich bloß kaputt. Jung, du musst den Zug hier festhalten. Dann wird das bloß kaputt. Vicky. Ja. Das ist ja angeschlossen. Nein. Kannst du das ändern? Oh, oh. Ich schaue noch, aber anscheinend gibt es keinen Remote-Zugang. Anscheinend gibt es keinen Remote-Zugang. Konzentration-Boys. Oh, da kommen wir. Ach so, da ist ein Seiler. Ist die ein Scherf? Ja. Ich hab den Countdown gestoppt. Ja. Was ist das? Man merkt's. Remote-Zugang. Die versuchen sie manuell zu detonieren. Jung, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht viel. Sharon, stell sicher, dass keiner außer uns hier ist. Alles sauber. Mike, ich hab's hier die Luft. Ja, zwischen hier und dem Hotel. Geht in Deckung. Sharon, sag mir, wann der Zug die Station verlässt. Okay, ich hör's übrigens nicht reden, ne? Echt? Oh. Ja, die sagten, die wollen's in der Mitte hochjagen. Sie ist vor. Sie sagen es, Coach. Riecht nicht, ey. Offen auf, Sharon. Es kann niemand zu schaden. Gut, wir treffen uns draußen. Seid ihr Jungs noch wach? Vielleicht. So, wir sollen uns draußen treffen, sagen sie. Aber oben raus, oder? Äh, glaub ja. Bishop, ich hab einen von Lawrence Agenten in der Leitung. Ja. Sind Sie, Bishop? Ich bin in die Zorn-Penthauses eingedrungen. Cabrero, Söldner, bereitst du einen Angriff vor. Negativ. Wir kommen rein, wie erreichen wir sie? Vielleicht. Ich, ich, ich wusste nicht wie. Sorry. Äh, nee, das sagt nur, wir sollen ihn jetzt treffen. Das hast du gehört, oder? Nee. Ah, okay, hier ist Ende. Schleimbar. Ah, okay. Okay. Ah, easy. Alles gut. Ich verstehe das alles nicht. Keine Vorsorgeungen. Keine politischen Statements. Und dann das Ausmaß der Angriffe. Wer immer die Cabreros finanziert, hat tiefe Taschen. Es sind nicht nur die Cabreros. Die Verbindung zu Irena besorgt Six. Wir sind ja die Geilsten. Jetzt höre ich ja wieder was. Ach, schön. Oh, hast du die ganze Zeit geballert bei dir? Ja, ja. Das ist so scheiße, ne? Und das in der Lautstärke, die ist es ja unwahrscheinlich. Ja, sowas die ganze Zeit bei mir. Und irgendwann hat sich das so überlappt. Dann waren es mehrere Schussgeräusche übereinander. Das ist widerlich. Ja. So, ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. MLG-Messe war Highlight. Das Merch habe ich leider nicht. Ich habe kein Kleingeld mehr. Ich war doch ehrlich. Gleich sind wir bei den Penthauses. Ich habe die Pläne des Penthauses. Es wird voll werden da drin, aber ich sage euch Bescheid zu bald. Sharon! Oha! 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 Machen wir mal ganz in Ruhe Ausrüstung checken, ne? Jo. Geht noch. Schluss! Ich will die Scharfschützen beseitigt haben. Hey. Oha, hier geht's gut ab schon, oder was? Ja, also Scharfschützen überall. Ich habe übrigens eine Waffe von hier irgendjemanden aufgesammelt. Die ist mega gut, ne? Oha, da kommen sie. Scheiße! Was ist los? Sie sagten, das Dach wäre sauber. Mars, die müssen gekommen sein, als ich mich in Sicherheitsnetzwerk einhackte. Mami, ich kann nicht glauben, dass Alvarez einen verdammten Heli runtergeholt hat. Glücksschuss, wenn du mich fragst. Glücksschuss aber... Aufreihen! Was haben wir mit der Aufstellung? In Position? Öffnen und säubern! Luft, okay. Und bestimmt auch! Hörbe abgestaltet! Die haben es dann echt fix, ne? Aber die nerven die auch. Huuu! Oh. Der war schon tot. Ja. Wo bist du runtergegangen? Ja, die haben alle... Killed hier einfach. Hat der einfach aus dem Fenster hier geguckt, ne? Ja. Boah, ich hasse das, dass das mit dem Clipping so ein bisschen... Das ist voll nervig, dass man ineinander festhängt. Mhm. Ja, vor allem... Die Tangos? Tangos, Tangos. Tanze, sag mal, mit mir. Dann ist hinüber. Jetzt oder nie. Wie viel Zeit, äh? Oh Gott, ich bleib die Tür aufgemacht. Da druckt er sich, er tötet mich. Wollte ich grad abschießen. Ich hänge! Wow. Vicky, was passt doch mit der Lampe, ey? Komm da raus! Ich... Wow. Ich lobe, ich hänge, wa? Ich übrigens nicht. Alles gut bei dir? Jo, jo. Bist du raus? Oh Gott. Ziel da wie ein Ampürer! Ziel da wie ein Ampürer! Wow, 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 ich bin tot. Achso, gut, da bist du raus. Ich bin tot. Also, ich bin vorher schon rausgekommen, ohne zu sterben. Achso. Von wo dann? Ähm, direkt hier vorn, äh, um die Ecke. Warte. Genau. Hier. Wow, ich sehe dich auch. Okay. Ich habe einfach mal die ganzen Zivilisten abgekriegt. Ich habe wieder gestorben. Ist hier. Warte. Wow. Komm mal. Was gehört? Nein. Alter. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich auch. Was? Was ist ein 500 Tactical? Das war glaube ich nicht schrot oder sowas. Wow. Okay. Krass. Einfach mal so, pu pu puu, tot. Aber geht eigentlich, ne? Ist jetzt nicht so schwer, geht. Wenn wir ein bisschen, vielleicht schleichen wir jetzt mal ein bisschen. Warte, wie kann ich das nochmal umstellen mit F? Nee, mit D? Schießt nur zurück! Ach, die Filtration. Eindringen vorbereiten! Ja, okay. Blenden und zäubern! Ich habe schon zwei so umgeregt. Okay. Oh, von links wurde ich getötet. Oh. Oh, man kann schon in die Stockwerke darunter die Leute töten. Das ist ja mega gut. Pass auf, ich bin tot, ne? Ja, ich bin hier draußen. Hier ist eh niemand. Noch nicht. So ein Scheiß. Wieder da. Wow. Oh, die sind beide tot. Wow. Müssen wir mit mir wieder, ne? Wo sind die? Oh, hier! Oh, Gott. Stopp. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Krank. Das ist recht schwer. Das war knapp. Bin auf 6 Uhr! Lande nach! Lande nach! Den einen habe ich von oben hier schon getötet. Tötet! Sorry, bin tot. Die springen aber echt raus. Das ist so ein bisschen, das ist halt ein bisschen gescriptet, ne? Ist schon krank, ja. Wo sind die? Ist der tot? Ich bin jetzt wieder da. Ist der toter Typ, der dich gekillt hat? Ich glaube, ich habe den gleichzeitig getötet, ja. Ja, der ist weg. Der die Waffe hier hatte. Ich habe übrigens die G3KA4, die ist mega gut. Strom der Aufzüge, das sollte die Tangos aufhalten. Wir sind noch nicht draußen. Es gibt noch was zu tun. Nicht für mich. Ich bin fertig. Ich komme, warte. So, ein bisschen schleichen. Was kommt dann? Sorry, kann ich nicht sagen. Mein Arbeitgeber bleibt gern unter dem Radar. Wir haben ihn! Ich habe zwei. Ach, die wollte ich mit der Türladung töten. Ja. Noch einen. Weiß ich noch nicht. Oben, glaube ich, ja. Ich gehe mal hoch. Oh, hier, ne, hier oben. Oh, der Heli draußen. Ui! Kann man natürlich nicht töten, die Leute da drin. Okay, wir müssen wahrscheinlich außen weiter. Warte, ich sehe einen. Hab. Sehr gut. Durch zwei Scheiben. Ich hänge. Wir werden noch eine Hilfe unten. Die Tief drauf. Oh Gott. So, das hat ja alle getötet schon. Okay. Dann eben das. Nee, das war einer. Na, wen? Macht voll krach, ey. So eine Scheiße, du. Eine richtige Scheiße. Okay, hier ist wieder der Checkpoint. Ah, sehr schön. Das passt eigentlich wunderbar. Da würde ich sagen, wir machen mal Schluss, oder? Das können wir machen. Können wir machen. Ja, es wird gerade richtig heftig. Also die Feuergefechte nehmen zu und die Gegner werden immer heftiger. Was wie Feuer einstellen, Feuer einstellen. Mach es, ich weiß es nicht. Mach nicht so doll, weil wenn du so doll machst, dann... Das ist voll gemein. Ja, genau. Warum haben Sie das getan? Okay. Den nächsten zwei geht es weiter bei Vicky, Leute. Wir freuen uns. Yeah, bis dahin. Bis dann.